Exklusiv Bereits im Mai sagte die Diskussionsteilnehmerin von Loose Women, dass sie die Royals zwar schätze und das historische Ereignis verfolgte, die Kosten der Zeremonie ihr jedoch aufgrund der Wirtschaftslage, ein Unwohlsein, bereitet hätten. Sie erklärte weiter, meine Schwester, Linda, die, wie wir wissen, sehr krank ist, musste ins Krankenhaus und war 20 Stunden lang in der Notaufnahme, bevor sie jemand sah. Und natürlich, wenn ich mir dieses Spektakel ansehe, kann ich sagen, dass es diesem Sektor 300 Millionen Pfund eingebracht hat. Können wir das bitte dem NHS zukommen lassen? Menschen sterben, weil der NHS derzeit kaputt ist. Colin fügte hinzu, während der ganzen Sache an diesem Wochenende habe ich mich wirklich unwohl gefühlt, muss ich sagen. Und das liegt an dem Zustand, in dem wir uns alle befinden, an der Wirtschaft und an der Tatsache, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu ernähren. In einem exklusiven Interview mit Express.co.uk stimmte Colins Schwester Maurin zu, dass das Geld, besser ausgegeben, werden müsse, räumte jedoch ein, dass die Krönung, Millionen Menschen glücklich gemacht, habe. Sie fügte hinzu, ich weiß, dass die königliche Familie Milliarden ins Land bringt, nicht wahr? Es gibt also einen Streit für beide Seiten. Natürlich kämpfen die Leute wie verrückt darum, ihre Lebensmittelrechnungen und so weiter zu bezahlen, deshalb kommt es einem etwas extrem vor. Es hilft nicht, mich auf eine Seite des Arguments festzulegen. Ich stimme irgendwie mit beiden Seiten überein.